Ich falle. Was? 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 Ah! Wo bin ich hier? Ne, oder was? Weiß ich ja, aber... Wieso? Wo bin ich? Komplett neue Welt. Wie ich sehe, habe ich keinerlei Items. Komplett... Was ist das? Das sind Bäume. Ich dachte schon. Ähm... Da ist... Da ist ein Berg... Oder ein Felsen... Egal. Wo bin ich hier? Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Das ist eine Höhle. Ist das eine Ha... Das sieht aus wie ein vermondertes Haus. War jetzt ziemlich vermondert. Was ist zum... Da ist eine Kiste! Höh! Mit... Warppages... Eine Dragon-Rüstung... Herz-Amulett... Eisenspitzhacke... Und ein bisschen Faden... Fäden. Da ist sogar was drinne sogar schon. Fünf Herzen... Habe ich dazu bekommen. Also... Was soll das hier? Warum bin ich hier? Öh... Öh... Scheiße. Bin ich denn schon... Falldamage genommen. Was mache ich hier? Na gut. Wir wollen erstmal hier... Etwas... Holz abbauen. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier bin, aber... Was soll's. Man kann's jetzt eh nicht ändern. Aber... Das macht mich schon etwas paranoid. Ich geh mal zu diesem Turm hin. Ja... Was auch immer das sein soll. Sieht sehr interessant aus. Da sind Kühe. Was bist du? Warte, du bist noch ein komischer... Was bist du denn? Geh weg! Der Däffel getroppt. Oh. Schön. Ha. Tut mir leid, Kuh. Aber ich brauche dein Fleisch... Und dein Leder. Und du hast mir kein Leder getroppt. Ne, du... Das hat jetzt auch nichts zu tun. Aber definitiv... Ein paar Schafe müssen dran glauben... Und mir ein bisschen vorzugehen, bitte. Ach, die Rüstung sollte ich auch nur noch anziehen. Warte mal, die Rüstung... Das ist eine Trang-Rüstung. Sieht irgendwie voll geil aus. Geh... Nee, dein Schafell. Wunderbar. Ähm... Holz... Verarbeiten... Sticks... Und eine Workbench. So, dann verbrate ich schon mal... Drei Holz noch... Für ein Bett. Pss. Und dann hätte ich auch schon... Für mich ein Bett. Wo bin ich hier gelandet, Mann? Hier ist Kohle. Das ist sehr nice. Und noch ein Eisen. Uh, lecker schmeckt. Okay. Die Kohle wollte jetzt nicht mehr. Die wollte nicht zu uns. Also, ich weiß... Ich weiß überhaupt nicht, warum ich in dieser Welt gelandet bin. Oder warum ich auch gerade aus dem Himmel gefallen bin. Aber, na gut. Nichts von all dem kann man nun mal ändern. Ich bin nun hier. Und ich bin aus dem Himmel gefallen. Jesus. Der einfach mal so gespawnt ist. So, ne? So, ne Menge Eisen hätte ich jetzt schon mal. Hier ist noch so viel mehr Eisen. Oh, das ist lecker schmeckt. Das sind die ja sogar noch... Was ist das für ein... Was ist das für ein komischer Felsen? Hier sind so viele Sachen. Redstone. Also... Ich verstehe, dass ich gerade echt null. Warum ist hier Redstone? Beispielsweise... Die ist noch eine ganze Menge Eisen. Das nehme ich auch natürlich gleich mit. Aber ich sollte... Nicht zu viel wegmachen. Okay, 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 okay. Ich würde mich instant jetzt noch da oben für die Dias haben. Gib mir die Dias, Alter. Lecker schmecker. Also, die Welt gefällt mir jetzt schon irgendwie... Kiki Dias hinterhergeschmissen, Alter. Wurde mir ein Diff und so weiter nie. Okay, mein Dias. Da oben ist noch was. Lapis. Hier ist Lapis. Nice. So. Gib mir den guten Dias. Den Dias. Den Dias. Und den Dias. Jetzt auch noch ein Dias. So, jetzt dürfte ich alle haben. Ich will das nicht runterkrachen, so, ne? Auf gut... Auf gute Anfänger-Manier, so, ne? Und... Fall Damage. Gut. Dann machen wir uns erstmal ein paar Diasachen, die ich brauchen könnte. Beispielsweise eine Axt und eine Spitz-Hawkey. Dann mache ich mir noch zwei Öfen. Und nutze meine neu gewundene Axt gleich, um meine Workbench abzubauen und ein paar Schafe zu ertöten. Und ganz schnell. Und dann geht's mir noch ein paar Diasachen. Und dann geht's mir noch ein paar Diasachen. Ich muss mir noch ein paar Diasachen und ein paar Diasachen, wie ich weiß. Guck mal, das werden wir entfernen. Geht nicht so aus. What the fuck, Alter! Jetzt hab ich mich mal komplett erschrocken. Maschinische... Was ist das? Butter... Okay... Was haben wir hier drinnen? Nichts. Oh, die Tür hätte ich voll Bock mitzunehmen. Hätte mit. Die gefallen mir. Jetzt brauche ich mir bestimmt nur Gemengeeisen. Also... Die Welt ist schon komisch. Ja... Da ist noch so ein Haus. Guck, ob da jemand drinnen lebt oder so. Jedenfalls irgendwie... Irgendwie jemand freundliches mal. Was haben wir hier? Eine alte Festung oder was ist das hier? Sieht doch aus wie eine alte Burg. Oh... Oh... Es geht hier... Ist hier irgendwo ein Eingang. Da! Da ist er was. Holzrohrfisch... Hier geht's... Hier geht's noch mit dem Wachtrombo. Kann man über alles überblicken. Und hier fackelt das Dach erstmal ab. Nice. So... Ups! Ups! Also das gefällt mir hier. Ja... Und mit dieser Festung würde ich mich jetzt auch verabschieden. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen hoch da. Seid übernimmt meines Kanals. Und... Und abonniert meinen... Also abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Um keine weiteren Folgen von Minecraft Ragnarök zu verpassen. Haut da rein! Und tschau! Leute! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen.